Wenn eine Beziehung manchmal schon ein wenig verfahren ist und man das Gefühl hat, es ist oft ein Kampf und dann gibt es wieder so Aufs und Abs in der Beziehung und irgendwie weiß man nicht, wie soll denn das weitergehen. Und man kann auch mit dem Partner nicht mehr so drüber reden, weil entweder weicht der Partner aus oder der Partner sagt, ich weiß gar nicht, was du hast oder er sagt ganz offen, ich weiß auch nicht und irgendwie kann man nicht mehr zusammen und so. Die Frage ist ja, wie lange tut man da? Wie lange macht man da weiter? Und wann ist der Punkt, der Zeitpunkt, wo man sagt, es macht jetzt keinen Sinn mehr, jetzt ist es gescheiter, wir trennen uns? Und das ganze Thema ist natürlich, wenn man Kinder hat, noch viel dramatischer, weil da hängt ja viel mehr dran. Man hat ja da Verantwortung. Man ist ja dann nicht mehr in der Beziehung nur für sich alleine. Und diese Frage, wann ist es genug, die haben wir ja auch, wenn wir in einer Firma sind. Wenn wir im Job sind und wir sind unglücklich und mit dem Chef klappt es nicht mehr so und mit den Kollegen und außerdem die Dienstleistung oder das Produkt oder die Firma selber gibt uns auch nicht mehr so weiter. Wahnsinnig viel. Aber andererseits gibt es uns ein Gehalt, andererseits gibt es uns eine Struktur in unserem Leben und jeder, der jetzt in Kurzarbeit ist, weiß ganz genau, eine Struktur befreiteres Leben, das ist lustig ein paar Wochen, aber dann irgendwie wird es eigenartig. Dann irgendwie fehlt manchmal schon ein bisschen der Halt. Und manche schaffen das wahnsinnig gut, weil sie sich selber eine Struktur schaffen und manche verbringen dann die Zeit, weil sie nur mehr darauf warten, bis die Struktur wieder losgeht. Und das hat einen ganz tiefen Hintergrund auch. Also eine totale Berechtigung, warum man in einer Firma bleibt. Und man hat auch Kollegen zum Beispiel. Und man hat eine Aufgabe im Leben. Jeder, der schon einmal länger arbeitslos war, weiß ganz genau, wie schwierig das ist, wenn man merkt, die ganze Gesellschaft, die ganze Freunde gehen in die Arbeit, aber man selber bleibt daheim, weil man offensichtlich nicht gebraucht wird. Und wenn du das jetzt alles umlegst auf deine Beziehung, dann erkennt man schon, dass das ja gar nicht so einfach ist, so einfach zu sagen, ja, es funktioniert nicht mehr, jetzt trennen wir uns. Da ist ja ganz das Gleiche, nämlich es gibt eine Struktur, eine Beziehung. Eine Beziehung gibt uns ganz stark das Gefühl, dass wir gebraucht werden. Auch wenn man vielleicht viel streitet oder wenn es nicht mehr so läuft wie früher, aber es ist trotzdem, man ist für jemanden immer noch da. Und die Frage bleibt natürlich auch, ja, was ist, wenn wir das jetzt beenden, vielleicht kommt nichts nach. Vielleicht kommt nichts Besseres nach. Vielleicht wird es noch schlimmer danach. Und damit ist natürlich schon die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und jetzt hast du schon eins gemerkt, jeder, der in so einer Situation einmal war, und das waren wahrscheinlich die meisten Menschen schon einmal, du weißt ganz genau, die Worte helfen doch nicht. Weil, was willst du denn jetzt reden? Weißt du, was ich meine? Willst du jetzt dem Partner sagen, ja, beenden wir es? Ja, wer soll denn die Entscheidung übernehmen? Erwartest du, dass der Partner für dich die Entscheidung übernimmt? Und du weißt aber selber nicht. Aber er oder sie soll es wissen? Das heißt, übers Wissen selber geht es nicht. Man merkt, es klappt nicht mehr so. Und da sind wir wieder bei so einem Punkt, wir müssen viel mehr auf die Ebene zurückkommen, die eben nicht sprachlich ist. Und zwar das Sprachliche, das passiert eben so stark im Bewusstsein. Aber es passiert so viel, ich sage jetzt ganz unwissenschaftlich, in der Bauchebene, weil wir uns dann verstehen. Es passiert so viel in der Bauchebene, das du gar nicht beschreiben kannst. Ich sage nur, die Freundin fragt die, ja, wie geht es in der Beziehung? Und du sagst, ja, nicht mehr so wie früher. Ja, was ist denn anders? Ja, ich kann es schwer beschreiben. Es ist, ja, du weißt genau, was ich meine. Es fehlen die Worte dazu. Und deswegen ist es auch gut, dass wir in der Partnerschaft uns gegenseitig anschauen, was sagt uns denn diese nicht sprachliche Ebene? Welche Signale bekomme ich denn? Und welche Signale sende ich denn aus? Das darf man nämlich auch nicht vergessen. Wir glauben immer nur, der andere ist anders. Wir sind natürlich auch anders. Vielleicht wegen dem anderen, aber man darf auch nicht vergessen, vielleicht habe ich mich ein bisschen verändert und das würde mich nicht verwundern, wenn du im Laufe der Jahre dich veränderst. Das beim anderen wieder etwas ausgelöst hat. Und jetzt geht es nicht um Schuld. Ja, das ist ganz wichtig. Sondern ich will einfach nur sagen, konzentriert sich auf die nicht sprachliche Ebene. Und es gibt ganz konkrete Hinweise, wo du genau erkennen kannst, ob Zeit ist, die Beziehung zu beenden oder nicht. Und diese Hinweise sind nicht in den Worten zu finden, sondern in der Körpersprache. Wir sind nicht in den Worten zu finden. Wir sind nicht in den Worten. Wir sind nicht in der Körpersprache. Und wir sind hier, dass wir uns nicht in der Körpersprache.